Mischgemüse, Mischgemüse Baklava, ey das einzige was dir fehlt, sind zwei Brüste, da könnte ich mit dir sogar zur Mammografie gehen. Ich muss hier nicht einen auf Hochkultur machen, ja, nur weil dir das Wasser wieder bis zum Hals steht. Baklava, Bakwan, wir sind eine Sekte des guten Geschmacks. Nüsse, Teig und Algarvenhonig, Al-Garvenhonig. Wir liegen am Strand im Schatten und bespielen unsere Körperteile wie ein Flipperautomaten, bis unsere Finger stumpfe Klöppel sind. Du kannst einer Triangel das Dreieck nicht verbieten. Baklava, Bakwan, wir sind eine Sekte des besseren Geschmacks. Und ich bin dein Arzt der Transcendental Gesundheit. Hey, das ist nur Wahles. Aber das musst du ja auch gar nicht wissen. Wir sind ja hier nur im Internet. In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Allah, Allahu Ekbar, Allah, Allahu Ekbar. Darf man die dunkelhäutige Bedienung nach Brownies fangen? Darf man die Bedienung mit Kopftuch darum bitten, das Baklava einzupacken, damit es rein bleibt? Hakla wa Bakwan, wir müssen wieder lernen, das Fremde zu genießen. Und das schmeckt manchmal gar nicht so schlecht. Und das schmeckt manchmal gar nicht so schlecht, das Fremde zu genießen, das Fremde zu genießen, das Fremde zu genießen, das Fremde zu genießen, das Fremde zu genießen.